so ja gut ne ich hab mich nach oben gebackt gutes spiel so schnell kann man nach oben sein so die erste folge ist aufgenommen für heute easy das geht so schnell ich muss mal ganz schnell was gucken hier so die sind auf jeden fall fertig dann machen wir cool und kraften wieder ein paar stück 40 stück easy so dann machen wir das so und so und hier noch sind wir gleich fertig wenn ich doch schon nice so ich glaube war die planken hier die reichen nicht aus die reichen komplett nicht aus oh mein gott okay da war gott sei dank wasser da war gott sei dank wasser hat der schuss mal zurückschreiben gerade leute einen moment so dann machen wir auf der anderen seite weiter oder ich hoffe das passt überhaupt auch dass wir nicht oben so komisch ankommen ich will gerne dass das dach so schön überlappt wird schwer so nur noch acht stück ey willst du mich komplett verarschen ne das passt natürlich jetzt wieder nicht auch ne da muss hier einfach sowas drauf ach nee das ist jetzt wieder falsch kacke so ich sag einfach wir springen einfach hier unten ins wasser platsch so welchen baum nehmen wir jetzt auseinander dass wir den weiter auseinander nehmen ganz fix oh man der springt aber so richtig scheiße so können wir uns noch bisschen holz hier damit wir endlich unser dach fertig bekommen weil das ist extrem alter was wir hierfür brauchen also bäume in mein kopf zu haben dann schön mit feuerzeug anzünden auja das brennt auf jeden fall ist schön das fackelt auf jeden fall ist schön ab dann so ich glaube das reicht jetzt erst mal für den anfang so dann machen wir noch mal ein paar blänks hier ey was ist das denn jetzt für ein bug alter jetzt warte mal das sind immer vier acht zwölf sechzehn so machen wir es dann so davon habe ich noch was wurden wort macht man denn rum so produzi bitte davon noch paar so warte so cool machen wir gerade noch mal 16 stück ja moin schmeiß mich halt erst mal runter geht auf jeden fall echt klar wenn ich dann können wir hier oben ja die haarslabs tun also was wir gerade produzieren auch oder wir tun ganz normale pfuh alter da hat er wirklich einen abflug gemacht so und so bitte reicht das noch nein oder oh man so was fehlt denn denn jetzt wurden wort ok aber das müsste jetzt passen so genau das passt sollen wir jetzt einfach hier oben was draufhauen machen wir mal so das sieht ja irgendwie ein bisschen komisch aus dann machen wir so noch oder nein sieht ja noch behinderter aus ja ich glaube unser dach ist fertig das ist ja nur noch hier diese ganzen anderen sachen reinballern und dann sind wir auch schon eigentlich mit dem dach wirklich fertig hier hier kommen natürlich auch noch fenster rein dafür müssen wir glas braten ne ich glaube wir haben gar kein glas mehr muss nur noch ein bisschen sandfarmen gehen ähm wo ist denn hier da nochmal paar herstellen so dalle dann sage ich mal wir machen hier so ein großes fenster rein oh ja damit die sonne nochmal rein strahlt so schön ja so da kommen hier fenster rein kann man das noch oha leute wir können das noch so machen das sieht ja noch geiler aus wenn man das ok ich glaube wir haben noch was vor wir müssen auf jeden fall noch paar herstellen geh mal was her hier so so cool ok ok oh ja das sieht doch auf jeden fall besser aus oh ja oh ja oh ja das hat was wollen wir das wenn man das jetzt überall so macht das könnte was werden ja definitiv bei naja so 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 perfekt passt haben wir denn noch sand oder klas hier ist nix mehr drin das auch nix mehr drin hier ist auch nur alles moch dran alter hat kein mensch und flowers also das ist was anderes ich dachte ich hätte noch was davon wir haben kein glas mehr wir haben gar nix leute wir gehen gerade noch ein bisschen schlachten hier ich mache dazu noch eine ein zwei minütchen die aufnahme und dann wo ich auch leider schon offen machen hier denn ich muss weg ich habe etwas viel zu tun und ja so was das denn da so dass den ja die weißen flieche die kommen lassen wir die mal an die sind ja gar nicht so laut die sind ja nicht so laut so tun wir das hier alles mal weg das brauche ich nicht dass das die sachen sind auch fertig so die sachen sind fertig dann können wir gerade noch mal hier paar blinks erstellen 40 stück haben wir jetzt an der zahl ok wir müssen auf jeden fall nächstens mehr holzfarmen gehen das dach schöner machen was das was höre ich denn da das will ich haben ein papier bleibt jemand seine sachen brauche ich was das auch andere kreaturen kann sich weiter kann sich aber mal so richtig ähm one holy moly ist wird dunkel hat er schnell rein hier ok leute ich sage danke dass ich eingeschaltet habe wenn euch das video gefallen hat lasst doch ein like da würden mich hier freuen und wir sehen uns in der nächsten folge von kreativer fieder haute rein ciao medv